27, Katrin mit Krümel. Okay, wir zeichnen schon auf. Kann ich ja nochmal sagen. Wir haben Tampoaks im Beutel. Wir sind immer noch live. Wir können. Martin. Wir können. 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 Im Wohnwagen, ja. Wenn ich die Felina weggebracht habe, kann ich sie mitnehmen. Und ich. Du stehst dichter. Ich stehe dichter? Ja, du stehst vor meinem Wohnwagen. Ja, aber ich habe die im Wohnwagen. Ach so. Das ist dein persönliches Pech, ne? Aber wenn du sie mitbringen würdest, wer denn? Super. Juhu. Ein fehlerfreier Lauf in der Zeitform. Achtung rein.